Ja, einen schönen guten Morgen nach Düsseldorf. Nein, das war natürlich ein Scherz nach Köln. Das hast du extra gemacht. Guten Morgen. Ist das immer noch so Düsseldorf, Köln oder Konkurrenz oder ist es mittlerweile, sagt man sich, ach komm, meine Güte irgendwie. Wie ist das so bei euch? Nee, also Düsseldorf und Köln mag sich grundsätzlich nicht. Immer noch, nach wie vor. Also das wirst du auch nie wegbekommen. Ah, okay. Ja, alles klar. Ist das immer noch so verankert in den Köpfen? Ja gut, Hamburg, Bremen ist ja auch so ein bisschen so, aber ich sag mir ganz ehrlich, gut, ich bin jetzt Hamburger, gebürtig sogar. Okay, ich lebe jetzt nicht in Hamburg, aber Bremen, meine Güte, ist auch in Ordnung. Ja, ich sehe das jetzt auch recht sportlich. Düsseldorf ist für mich auch in Ordnung. Ich war ja auch, ich bin ja in Düsseldorf lange zur Abendschule gegangen, satte fünf Jahre. Ja. Und wenn du das machst, dann gehst du natürlich auch mit den Jungs dann da mal in Düsseldorf dann weg und dann waren wir in der Altstadt halt auch immer wieder regelmäßig. Also ich habe ja so gar nichts gegen Düsseldorf. Aber das ist halt so ein Klischee. Köln, Düsseldorf, das mag sich nicht. Ja, und dann wird sich dann auch geneckt. Aber es gibt jetzt keine Einreisebeschränkung, ne? Wenn du nach Köln, nach Düsseldorf willst, dann kommst du da auch ohne Probleme hin irgendwie. Es gibt eine Bahnverbindung und so. Ja, ich habe mir den Spaß gemacht, als wir dann in Düsseldorf immer weg waren, haben ich mal Kölsch bestellt. Das habe ich mir gedacht. Da haben sie mich immer böse angeguckt. Aber das gibt es da gar nicht, oder? Tatsächlich gibt es, weiß nicht, also damals gab es das auf jeden Fall, eine Kneipe, wo es wirklich Kölsch gab. Mehr kenne ich aber auch nicht. Vielleicht gibt es auch mehr, weiß ich nicht. Aber damals gab es echt eine Kneipe und da gab es Kölsch. Die war halt auch irgendwie in der Altstadt. Das fand ich schon ganz witzig. Ja, weil, nee, eigentlich kriegst du es da nicht. Du kriegst auch ein, also in Köln kriegst du garantiert kein Altbier. Ja, naja, gut. Also in Hamburg kommt es auch Bags. Ja, also aber, ja, also klar, in Köln Altbier. Naja, ich wette, irgendwo wird es das wahrscheinlich geben, aber wahrscheinlich nicht irgendwie groß angekündigt oder so. Unter der Hand. Das ist aber auch eine Plurre, das Altbier. Keine Ahnung. Das kann ja kein Mensch trinken. Ja, ich weiß es nicht. Sagt man ja dem Kölsch auch nach, aber, ja. Also hier in Hamburg gibt es auf jeden Fall, vor allem hier in Hamburg, ne, ich bin ja gerne in Hamburg, aber auf jeden Fall im Norden gibt es auf jeden Fall beides, wenn man will. Da gibt es. Sehr gut. Kölsch und Altbier. Aber nicht in den Kneipen, oder? Also in der Kneipe kriegst du bei euch auch kein Kölsch und auch kein Altbier. Ja, doch schon. Also jetzt nicht in jeder Kneipe, aber grundsätzlich gibt es durchaus auch Kneipen, wo es das gibt, ganz sicher. Ja, schon. Ja? Ja, ja. Okay. Nun gut. Nun gut. Aber wir sind ja kein Bier-Podcast. Ne, zum Glück. Ich trinke eigentlich auch gar kein Bier, ich trinke Wein eigentlich, wenn, dann trinke ich Wein, Weißwein. Aber früher habe ich mir Bier getrunken. Ach, ist auch geil. Wir sind kein Bier-Podcast, genau. Und auch kein Wein-Podcast. Wir sind ein Hochzeitsfotografie-Podcast. Genau. Lass uns zum Thema kommen. Du hast dir nämlich ein Thema ausgewünscht, äh, ausgesucht. Ja, ausgewünscht. Das hast du gut ausgedrückt. Über Storytelling sprechen. Ja, genau. Irgendwie hört man das ja an dauernd. Storytelling ist ja auch irgendwie so ein Trendbegriff. Und, ähm, ja, ich wollte das einfach mal mit Inhalt füllen. Oder zumindest mal so meine oder auch deine Sichtweise mal erfragen. Und, ähm, ja. Ja, frag mal deine ab. Genau. Ähm, ja, also Storytelling in der Hochzeitsfotografie oder in der Fotografie im Allgemeinen. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, lieber Marc, irgendwie? Oder? Total, absolut, ja. Ähm, okay. Jetzt fragst du mich, dann gebe ich dir auch Feedback dazu. Ja, ja, erzähl mal. Heute Morgen habe ich nämlich einen, äh, so, ich gehe morgens dann immer erstmal irgendwie auch mal so mein, äh, meine E-Mails einmal checke ich einmal und gucke mal in Facebook reiben und Instagram. Und dann habe ich heute Morgen einen Post entdeckt, wo es darum ging, ähm, wie denn, oder da schrieb jemand, glaube ich, dass er sein erstes Album verkauft hat. Ja. Glaube ich, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, er hat gesagt, er hat sein erstes Album verkauft und, ähm, fragt jetzt nach der Gestaltung, wie macht ihr das chronologisch oder wie sortiert ihr das? Und dann kamen die Antworten, chronologisch, 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 immer chronologisch, auf jeden Fall chronologisch, chronologisch, chronologisch. Und dann habe ich auch kommentiert, ja, und das sehe ich nämlich total anders. Lass mich raten, du sagst nicht chronologisch, richtig? Ganz genau, ja. Ja, ja, also, natürlich fange ich nicht, äh, abends an, im, in einem, in einem, äh, wenn ich eine Story erzählen will, ne, aber es ist eben eine Story. Und eine Story muss meiner Meinung nach nicht unbedingt chronologisch sein, sondern die muss logisch sein, ja, und, äh, und, äh, und schön lesbar. Nachvollziehbar, ja, und so ist es ja zum Beispiel, dass, ähm, weiß ich nicht, ich hab dann halt, wenn du Storytelling machst, ja, in Bildern, Geschichten erzählst, dann, dann musst du auch darauf achten, dass du immer irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber so Übersichtsfotos hast, ja, damit du immer, immer nachvollziehen kannst, wo bin ich denn jetzt gerade, ja, das heißt, du brauchst auch eine, ein Bild von der Location, ja, ein Bild von der Kirche, damit du weißt, ah, jetzt, jetzt ist hier ein Szenenwechsel, das hast du in jedem Film auch so. Richtig, ich würde das so genannt, das sind für mich sogenannte Establisher-Shots, also, Bild. Establisher-Shots, das wird sich schöner. Kinkai, ne? Ja. Nennen wir es Establisher-Shots. Establisher, genau. Ja, genau, und das ist das, was du ja in einem Film auch hast, wenn du einen Szenenwechsel hast, ja, sehr häufig wird das dann mit Drohnenaufnahmen oder so, äh, eingeleitet, dass du jetzt eben woanders bist, ja, oder irgendwelche, eine Aufnahme von der Straße, wie auch immer, ne, das ist, ja, damit der, der Betrachter sich, ähm, gedanklich irgendwie in eine neue Szene auch reinversetzen kann. Und das finde ich halt jetzt auch, wenn du eine Story machst, eine Bilder-Story, auch sehr wichtig, ja, damit nicht auf einmal vom Getting-Ready, ähm, zack, sofort stehst du vom Altar. Da fehlt was. Richtig. Ja, und, ähm, wenn du aus der Küche rauskommst und zack, bist du auf einmal an der Location und da fehlt was, ja, und natürlich bietet sich da auch eine Drohnenaufnahme durchaus an, aber es muss ja nicht sein. Nein. So, und jetzt machst du ein Übersichtsfoto von der Location, das muss ja aber nicht chronologisch sein, die kannst du ja auch später noch, ja, gerade, gerade jetzt, sagen wir jetzt nicht die Kirche, sagen wir wirklich die Location, ja, da machst du im Laufe des Tages, machst du vielleicht mal ein Bild von der Location. Wenn das jetzt nicht gerade nachts ist, sondern halt auch tagsüber ist, dann kannst du das ja auch tagsüber einfügen. Wenn du jetzt ein Nachtbild machst, würde ich das natürlich jetzt nicht am Anfang einfügen, ja, aber eben dieses Bild will ich dann eigentlich am Anfang haben, zum Szenenwechsel, ja, und das macht jetzt für mich die Sache, da springst du aus der Chronologie dann raus. Natürlich ist ein roter Faden da, du fängst schon beim Getting Ready an und dann, ja, so wie der Tag halt grundsätzlich ist, aber einzelne Punkte kannst du halt variieren und ich finde das sogar sehr, sehr wichtig, damit es hinterher wirklich eine schöne Story ist. Auch das Brautpaar-Shooting kannst du ja auch reinpacken, wo du willst eigentlich. Ja, jetzt hast du gerade schon so ein paar Punkte genannt, da muss ich jetzt einfach mal auch einhaken, genau. Also du hast gesagt, ja, so Übersichtsfotos beispielsweise, springen wir mal direkt rein, wenn dir, also sagen wir mal so, die Braut kommt bei der Kirche an, dann sollte so das erste Bild sozusagen von der neuen Szene irgendwie ein Übersichtsbild der Kirche sein, ne, so damit sich der Betrachter, der sich die Story, die Geschichte, die Bilder, die Porträts dann anschaut, dann auch abgeholt fühlt und weiß, wo er sich gerade befindet, ne, also genau wie du sagst, Getting Ready und dann nächstes Bild Altar ist irgendwie, oder Braut kommt rein. In Kirche ist, da fehlt irgendwie was, ne, da fehlt sozusagen, so die Szene wird eingeführt. Dann vielleicht noch so ein Bild, wo die Braut sozusagen auch aus, im Brautauto irgendwie aussteigt oder beziehungsweise ankommt an der Kirche, also wo sie sozusagen vielleicht zur Kirche hinguckt, ja, also dass man da so eine gewisse Logik hat in der Betrachtung, Braut kommt an, sieht die Kirche, du hast ein Bild von der Kirche im Ganzen, sie guckt zur Kirche, du hast vielleicht die Braut mit Kirche irgendwie. Also, dass man sich sozusagen, das ist wie so eine, ja, wie so eine Filmszene ist, so. Eigentlich muss man sich auch nur in so einen Film, wahrscheinlich jeden Ex-Beliemen will ich jetzt nicht sagen, aber sagen wir mal so einen Hollywood-Film angucken, da wird es eigentlich ja auch immer so gemacht, ne, dass sich ein Betrachter abgeholt fühlt, dass wir wissen, aha, okay, jetzt sind wir gerade an der Kirche, so. Und jetzt kommt da gleich die Braut an, der Bräutigam, vielleicht kannst du auch zwischendurch mal ein Bild von dem Bräutigam einfügen, wie er drin schon in der Kirche steht und wartet, ne. Also, wenn es geht, natürlich, wenn es passt, dann auch, äh, natürlich auch den Bräutigam, wie er in der Kirche ankommt, aber, äh, wir wissen alle, Hochzeiten. Und das kannst du auch wieder mixen, ne, das muss nicht chronologisch sein. Das muss nicht chronologisch sein, ne, weil chronologisch ist dann auch oft langweilig, ne, also es soll gar nicht sein. Ja, du zeigst das Auto, wie, wie die Braut kommt und im nächsten Bild zeigst du den, den Bräutigam, wie er schon vom Altar steht und dann gehst du wieder zur Braut zurück, ja. Ja, genau, genau. Auch, auch beim Getting Ready, ähm, du fängst ja, also so mach ich das auf jeden Fall, immer beim Bräutigam an, ja, und dann zur Braut. Genau, wenn du alleine bist, dann ist das, ja, genau, der, der Weg, den ich dann auch einschläge, genau. Genau, so, aber wenn ich das jetzt in der Story wiedergebe, dann ist das, ich will jetzt nicht sagen grundsätzlich, aber sehr häufig so, dass ich eben diese Bilder mixe, dann zeige ich zwei, drei Bilder vom Getting Ready, der Braut und dann vom Bräutigam und dann vielleicht nochmal die Braut. Genau, 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 also du sortierst hinterher. Ja, also das kann ruhig ein bisschen gemischt sein. Genau, du sortierst sozusagen im Nachhinein hinterher die Bilder in die richtige Reihenfolge, sodass es dann auch, ja, eine gewisse Spannung ergibt. Und eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, ne, sind wir uns einig, damit du die Bilder auch sortieren kannst, musst du diese Bilder auch haben und machen. Ne, also wir wissen, eine Hochzeitsreportage ist gerade, wenn es in Hinsicht Trauung, Kirche geht, wird es dann irgendwann auch hektisch. Und ich habe schon das tatsächlich öfter gehabt, dass ich dann ankomme und auch gar nicht diese Zeit hatte, mir ein ordentliches Establish-Bild sozusagen, eine ordentliche Perspektive zu suchen von der Kirche im Gesamten, weil die Kirche, da musste ich einfach viel zu weit weggehen. Und dann habe ich dieses Bild, ja, dann später nachgeholt und dann aber in die Geschichte eben halt viel, viel früher einsortiert. Ja, also das heißt, ich muss diese Bilder eben auch machen, ne, und wenn ich eben in der Hektik, in der Anspannung bin, der Hochzeitsreportage, muss ich das auch verinnerlichen, dass ich eben solche Bilder auch überhaupt, ja, dass ich sie mache. Weil, wenn ich sie nicht mache, kann ich sie auch nicht später einsortieren. Und ich bin tatsächlich schon mal... Das ist vollkommen richtig. Genau, ist einfach so, ne. Aber das klingt jetzt banal, aber ich bin tatsächlich auch schon mal wieder zu einer Location gefahren, zu einer Kirche. Gut, das war jetzt nicht so weit, aber schon in der Nähe. Aber ich habe später das Bild von der Kirche, weil ich es nicht hatte im Gesamten, habe ich es dann nochmal nachgeholt, ein paar Tage später. Und dann entsprechend auch einsortiert, ne, in die Geschichte, sodass es eben auch gepasst hat. Weil das war mir dann schon wichtig. Ich glaube nicht, dass es den betrachtet, ja. Nein, das merkt ja auch keiner, ne. So, wenn jetzt nicht irgendwie ein völlig anderes Wetter ist, ja, weißt du, wenn du dann, sagen wir mal, dir bei Regen das Bild abholst und vorher war schöner Sonnenschein, bringt das nichts. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wenn du an der Location schon mal warst und hast ein gutes Bild von der Location ohne Menschen drauf, ja. Dann kannst du das auch für die nächste Reportage nochmal verwenden, ja, natürlich. Also es wird keiner merken in dem Sinne. Also habe ich auch schon mal gemacht. Ja, genau. Und ja, es geht ja auch nicht darum, sozusagen, dass dieses Bild, dieser Establisher wird dann sicherlich kein Bild sein, womit du einen Wettbewerb gewinnst. Aber es ist dann halt ein Foto, was eben die Reportage und den Betrachter abholt und der weiß eben, wo er ist. Und es wirkt, dann ist es dann halt einfach auch flüssiger und eben auch spannender für den Betrachter, ne. Und ja, ich würde sogar auch so weit gehen, dass ich nicht nur die Kirche im Ganzen fotografiere. Es geht dann auch darum, so ein paar Details auch vielleicht von der Kirche zu fotografieren. Eben von außen nochmal, vielleicht gibt es dann ein schönes, was weiß ich, Ornament oder ein Kirchentor oder keine Ahnung, sodass ich das nochmal in Szene setze. Dann gehe ich halt rein in die Kirche, fotografiere die Kirchenbänke, fotografiere natürlich die Deko oder den Blumenschmuck, den Altar. Also, dass ich auch so ins Detail, auch nochmal vom Großen ins Kleine dann gehe. Und so als Fausthommel kann man eigentlich sagen, wenn man in einer neuen Szene ist, also mindestens erstmal fünf Minuten Zeit nehmen für die Szenerie sozusagen, wenn es denn geht. Wenn es, manchmal hat man solche Hektik eben, dass es eben nicht geht. Ja, also wenn die Braut dann ziemlich schnell dann reinkommt, vom Brautvater reingeführt wird zum Altar, dann kann ich da jetzt nicht erstmal rumlaufen, die Blumendeko fotografieren. Ja, das muss ich dann halt vielleicht eventuell später sogar nachholen, aber daran muss ich eben auch denken. Und ja, genau. Ich hatte mal eine Hochzeit, da war es der Braut wichtig, dass ich noch vorm Getting Ready in die Kirche fahre, um da Bilder von der Deko und so zu machen. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben, also wirklich unglaublich gut dekoriert, die Kirche. Ja, also wirklich mit so Bögen, die sie da gemacht haben, wo sie durchlaufen dann. Und das wollte sie halt ohne Menschen fotografiert haben. So, dann habe ich das vorm Getting Ready fotografiert. Natürlich ist das nicht an der Stelle im Fotobuch gelandet, sondern erst nach dem Getting Ready, wenn es dann in die Kirche ging. So, dann sind die Bilder da gelandet. Oder die Deko bei der Location. Das ist ja auch, häufig kommst du da hin und dann ist sofort der Sekt empfangen. Das heißt, du hast jetzt erstmal keine Zeit, die Deko drin zu fotografieren. Das machst du dann ein bisschen später, wenn dann irgendwie mal ein bisschen Luft ist. Ja, aber kommt das dann an die Stelle? Nein, zwangsläufig natürlich überhaupt nicht. Aber, und jetzt, du hast ja, das wollte ich nur sagen, du hast ja vollkommen recht gehabt. Die eine Sache ist, wie du das einsortierst. Die andere ist halt, dass du das auch wirklich hast. Ja. Und da ist halt, da muss ich ja vorher die Gedanken darüber machen, was brauchst du alles, um wirklich eine gute Story dann auch abliefern zu können. Genau. Ja, und so ein Übersichtsbild, wenn du das eben nicht hast und vergisst, dann fehlt es irgendwie, um wirklich für eine gute Story dann herzuhalten. Richtig, genau. Und das ist ja, es gibt ja schon sehr, sehr viele Bereiche der Hochzeit. Also wenn man jetzt mal vom Getting Ready anfängt, dann über die, ja, den Weg zur Trauung, die Trauung selber, dann das Paar-Shooting, die Location, der Empfang und so. Also da hast du ja ganz, ganz viele verschiedene Situationen und Orte, wo du einfach dann auch darauf achten musst und überhaupt auch verinnerlichen musst, dass du da auch Story-Bilder machst eben. So würde ich es einfach mal nennen. Oder Estaptischer-Bilder, ne, die einfach die Szenerie einführen. Naja, und natürlich freut sich dann die Braut, ja, das Braut der Bräutigam sicherlich auch, dann über die ganzen Tischdeko-Bilder, wo die sich ja auch Gedanken drüber gemacht haben, ne, vorher. Ja, oder die Papeterie und so weiter. Also, ja, das sind einfach Fotos, die musst du einfach machen. Und genau, also eine Sache hast du eben auch noch ganz clever gesagt und das mache ich nämlich auch so eingangs. Ich fahre nämlich sehr, sehr häufig schon vor der Hochzeit, fahre ich einfach mal zur Kirche, um einfach diese Bilder schon mal zu machen. Vielleicht kann ich auch sogar in die Kirche dann schon rein und dann auch den Blumenschmuck, wenn er dann schon vorhanden ist, dann auch schon fotografieren oder einfach den Altar oder so. Da bin ich entspannt, weil ich weiß, ich habe diese Bilder. Ja, und ja, und so kann ich dann auch so die Geschichte einläuten. Worum sollten nicht die ersten Bilder von der Kirche im, keine Ahnung, Sonnenaufgang sein? Warum nicht, ne? Also kannst du ja auch die Geschichte anfangen. Und später fängst du dann mit dem Getting Ready an. Auch das, ne? Du bist der Kreative und aus meiner Sicht gibt es da keine feste Regel. Mach du das draus, was du möchtest. Genau wie der Regisseur eines Films, der dreht sich das auch so, wie er es haben möchte. Ja, genau. Und von daher ist auch für mich ein ganz, ganz großer Part hinterher und auch ein Part, der relativ lang dauert, das Sortieren später. Das Sortieren der Reportage, nachdem ich die Bilder mir sozusagen bearbeitet habe, rausgesucht habe, dann sortiere ich halt auch ganz, ganz viel um. Und das, ja, das dauert auch einen Moment, ne? Genau. Ja, wobei es ja nicht mehr, du meinst, das heißt, wenn du die Bilder abgibst, sind die dann alle durchsortiert und durchnummeriert? Ja, genau. Umbenannt natürlich. Also, ich sortiere das dann in Lightroom in der Sammlung, das kannst du ja sortieren und dann auch entsprechend die Bilder dann umbenennen und dann sortierst du es halt nach Dateiname. Und wenn es dann später exportiert wird, dann sind die Bilder halt alle durchnummeriert und sind dann auch natürlich für das Brautpaar dann oder für den Betrachter in der richtigen Reihenfolge. Genau, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und eine Sache, das finde ich auch noch wichtig, also stell dir vor, also ich springe jetzt mal zum Abend, ne? Also stell dir vor, Marc, Abend, Rede, emotionale Rede, Brautvater oder Brautmutter, meistens der alter Brautvater, hält in Rede, ist aufgeregt. Ja, ich habe sozusagen den Brautvater auch einmal, nicht nur einmal, aber auf jeden Fall in den Fokus gerückt. Und dann aber auch nochmal die Reaktion darauf des Brautpaars. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass das Brautpaar reagiert darauf ja auch möglicherweise emotional oder fließend sogar die ein oder andere Träne. Die wird sich dann abgewischt und so weiter. Und das ist auch wichtig, das irgendwie in einer chronologischen Reihenfolge zu haben und möglichst sogar auch noch zusätzlich in einem Bild. Weißt du, wie ich meine? Also, dass ich sozusagen die Aktion und die Reaktion auch in einem Bild habe. Also, dass ich meinetwegen beispielsweise im Anschnitt den Brautvater habe, wie er sozusagen den Zettel hält und danach die, und ich sag mal in der Flucht dann die, das Brautpaar mit Reaktion der Rede. Also, oder beziehungsweise auf die Rede. Und dass ich das dann auch noch intelligent, möglichst dann, abends kann man ja auch ganz gut mit Blitzen experimentieren, dann das Brautpaar einmal anblitze, den Brautvater oder Brautmutter, wie auch immer, Trauzeugen im Vordergrund habe. Also, dass ich das dann sozusagen in einem Bild auch erzähle, die Geschichte. Also, das ist dann für mich die Königsdisziplin. Und jetzt kommst du. Ja, das sind ja auch, wenn du jetzt mal so eine RTL-Reality-Show dir mal anschaust, ja, egal wie sie nicht heißen ja alle, keine Ahnung. Aber der Punkt ist, wenn du das siehst, was die da zusammenschneiden, glaubst du denn, das ist immer auch chronologisch oder das ist eher aus dem Zusammenhang gerissen und irgendwie zusammengefügt, ja? Ich denke, das ist durchaus aus dem Zusammenhang gerissen und dann werden irgendwelche, auf irgendwelche Aussagen filmen sie dann den nächsten ein mit der Reaktion, die vielleicht auf eine ganz andere Situation eigentlich ursprünglich, oder das war halt eine ganz andere Situation ursprünglich. Klar, kannst du natürlich auch machen, also du kannst auch, was weiß ich, wenn das Brautpaar bei der Rede vom Brautvater jetzt nicht irgendwie zu Tränen gerührt ist, kannst du auch dann das Bild nehmen später, wenn die Trauzeugin spricht und dann an die Stelle einsortieren. Also, wenn es denn geht, kannst du auch machen. Gut, dann wird's, okay, dann kann man jetzt sagen, okay, dann verfälsche ich ja jetzt irgendwie die Realität, die Geschichte. Wollte gerade sagen, jetzt wird's haarig, weil da wird man sich dann dran erinnern, aber wenn's jetzt nur irgendwie ein Lachen oder sowas ist, wird sich da niemand dran erinnern. Und wenn du das jetzt irgendwie an eine andere Stelle einfügen möchtest, ja, funktioniert das, glaube ich, schon auch ganz gut. Aber das, was du jetzt gesagt hast, verfälscht dann ja wirklich die Realität. Ja, stimmt, 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 stimmt. Wobei mir tatsächlich... Das würde ich dann nicht machen. Wo ich vermute mal, dass mir, also mir hat noch nie jemand gesagt, ja, das stimmt aber nicht, die Reihenfolge, das hast du falsch sortiert, da hat die Person noch gar nicht irgendwie so und so reagiert. Also, ich vermute mal nicht, dass das passieren würde. Wahrscheinlich wird's der Kunde, das Brautpaar, irgendwie der Betrachter gar nicht merken. Aber ich glaube dennoch, es gibt so gewisse Punkte, wo man dann, ich sag mal, schon an der Realität bleiben sollte. Und, ja, da muss man zumindest mal aufpassen, ja. Das denke ich schon. Genau, genau, genau. Auch so finde ich auch noch ein wichtiger Punkt, dass du... Also, es gibt, weißt du, ich hatte mir sicherlich auch schon häufiger, wenn, oder du sicherlich auch, wenn der, also stell dir vor, der Bräutigam übt nochmal die Rede morgens, ne? So beim Getting Ready. Mhm. Hatte ich auch schon ziemlich oft. Da finde ich es auch wichtig, dass ich da auch verschiedene Einstellungen mache, dass ich überhaupt weiß, was, also was macht denn der Bräutigam überhaupt, ne? Also, übt der jetzt eine Rede oder ist das jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Gedicht, was er auswendig lernt oder, also was macht der, was ist jetzt so sein Hintergrund dafür, ne? Also, das finde ich ein wichtiger Punkt. Oder geht er einfach die Play... Also, übt er eine Rede oder geht er die Playlist für die Feier durch oder so? Also, das muss irgendwie verdeutlicht werden. Und da... Ja, indem du jetzt zum Beispiel die Rede auch fotografierst, ein Nahschott oder sowas. Ja, wenn er so mit Händen und Füßen... Ja, genau. Ja, ja. Richtig. Ja, genau. Also, dass irgendwie, wie du sagst, halt letztendlich verdeutlichen, was genau passiert jetzt hier. Was passiert, ja. Dass das für jeden nachvollziehbar ist, was genau da jetzt tatsächlich passiert. Ja, und da muss man sich tatsächlich auch ein bisschen Gedanken drüber machen, immer. Und nicht einfach nur draufhalten. Ne, genau, da musst du dir ja schon Gedanken drüber machen. Ja, und ja, auch ein Punkt, was ich auch noch spannend finde, zumindest mal auch so ab und zu dann doch, wenn sich das ergibt, abends auf der Feier dann auch so mache. Wenn einfach mal ein Gast oder einen wichtigen Trauzeugen oder... Oh, einen wichtigen Trau, das ist auch gut gesagt, ne? Die sind ja eigentlich immer wichtig. Aber, also, so eine Person, die jetzt vielleicht gerade mal nicht der Bräutigam ist, einfach mal so eine Zeit lang verfolgen. Was passiert eigentlich? Also, du gehst einfach hinterher und guckst einfach, was macht der als nächstes? Dann geht er tanzen und so weiter und... Oder... Gut, ja, auf Klo musst du ihn jetzt vielleicht nicht gerade verfolgen, aber auf jeden Fall... Vielleicht ist er dann auch irgendwie am Tresen, trinkt einen mit den Jungs und so und... Also, was macht der? Also, manchmal verfolge ich einfach so Personen. Weißt du, was ich meine? Also, manchmal... Ja, das habe ich noch nie gemacht, finde ich aber spannend. Ja, also, ja, das... Manchmal läuft es auch ins Leere, aber manchmal ergeben sich daraus auch ganz interessante Begebenheiten. Also, nicht nur... Also, auch Kinder, ne? Kinder, das ist auch hochspannend. Gerade die einfach mal so zu verfolgen irgendwie, was die als Nächste... Das ist echt richtig, richtig cool. Also, gerade bei Kindern, ne? Die sind... Das ist traumhaft. Das ist richtig cool. Die einfach mal verfolgen, so was die als Nächstes machen. Weil irgendwann, dann fallen die hin, dann heulen die und dann werden sie getröstet. Und dann spielen sie wieder was. Oder was ich meine? Also, das ist eigentlich... Ja, das ist ganz cool. Also, kann man dann auch sozusagen in die Geschichte mit einfließen lassen. Jo, genau, genau, genau. Nochmal was zum Thema Hochzeitsalbum. Wenn du... Also, das wird nicht funktionieren, wenn du dein erstes Hochzeitsalbum machst. Aber wenn du regelmäßig Alben machst, dann weißt du auch ungefähr, wie du deine Bilder gestaltest oder dein Album gestaltest. Dann weißt du auch, an welcher Stelle du vielleicht mal ein Hochformat statt ein Querformat brauchst. Ja? Und wenn du das weißt, kannst du das beim Fotografieren natürlich auch schon entsprechend beachten. Das ist schon auch gut. Wann würdest du denn sagen, braucht man eher ein Hochformat? Ach, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ich bin sowieso... Ich bin ja... Ich fotografiere unwahrscheinlich viel Querformat. Ja? Und ich finde, dass halt auch sehr, sehr viele Hochformatfotos einfach gar nicht funktionieren. Weil viele Leute einfach Hochformat fotografieren, weil sie vielleicht gerade denken, jetzt muss ich auch mal wieder ein Hochformatbild machen. Und das ist natürlich Quatsch. Ich mache also Hochformatbilder dann, wenn ich weiß, dass ich es brauche. Ja. Ja? Das kann jetzt bei der Deko zum Beispiel ist das durchaus der Fall. Ja? Da weiß ich das auf jeden Fall. Okay, jetzt brauche ich das ein oder andere Hochformatbild, damit ich das vernünftig ins Album integrieren kann. Ähm, ansonsten kann ich dir jetzt gerade kein gutes Beispiel dafür sagen. Ähm, aber, ja, also, ich empfehle halt auch gerne so, mach nur Hochformatbilder dann, wenn es wirklich sinnvoll ist. Wenn das Querformat nicht funktioniert, ja? Weil in den meisten Fällen ist das Querformat, das ist Geschmackssache natürlich auch, ja? Ja, aber aus meiner Sicht ist in den meisten Fällen das Querformat das bessere Bild. Und wenn du zwei Bilder machst, ein Hochformat und ein Querformat, ist das Querformat eigentlich immer das Schönere. Und, ähm, jetzt Weitwinkel im Hochformat funktioniert sowieso nicht gut, ja? Also, wenn du mit 24 Millimetern Hochformat fotografierst, Menschen, das geht voll in die Hose. Das funktioniert nicht. Ja, also, ich finde auch Hochformat deutlich schwieriger zu komponieren irgendwo. Und, ähm, ja, von daher, also, ich sag, also 99,9 Prozent meiner Reportagebilder sind tatsächlich auch ein Querformat. Also, ja, also, ich hab ja jetzt hier in den letzten Monaten halt auch viel diese Portfolio Reviews gemacht. Und, äh, da hab ich halt ganz oft auch empfohlen, dann, hey, lass das Querformat einfach mal komplett, äh, das Hochformat komplett weg, ja? Wenn du das nächste Mal fotografierst, bewusst kein Hochformat fotografieren und nur noch dann einsetzen, wenn es im Querformat nicht funktioniert. Dann auf das Hochformat schwenken. Ansonsten wirklich beim Querformat bleiben, ja, du, du, du wirst bessere Bilder damit haben. Ja, und halt auch vor allen Dingen wirklich, ähm, das ist das Weitwinkel. Im Weitwinkel keine Hochformatbilder machen. Also, wenn du jetzt schon ein Hochformat machst, ja, dann, dann bitte mit, 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 mit einem. 85er. 50 Millimeter, ja, oder 85. 35 kann auch noch funktionieren, würde ich auch nicht empfehlen. Aber bei 24 ist auch wirklich, da macht keinen Sinn, das Hochformat. Also, das musst du wirklich, wirklich können, ja? Ja, und bewusst auch so einsetzen, sonst, äh, geht das in die Hose. Ja. Ja, da stimme ich komplett zu. Und, ähm, ja, also, mir fällt jetzt auch wirklich tatsächlich eigentlich gar kein Einsatz für ein Hochformat ein. Aber das ist natürlich am Ende immer Geschmackssache. Ähm, was, was ich auf jeden Fall ein wichtiger Punkt finde, ist, ähm, abgesehen vom Format, äh, auch die Wahl des Objektives generell für die Hochzeitsreportage. Ähm, also, ich persönlich finde, um, 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 eine Geschichte erzählen zu können, ist, äh, ja, benutze ich eher weitwinklige Objektive. Also, mindestens 35 Millimeter, meistens ist, so 24 Millimeter ist so Signature-Brennweite, würde ich sagen. Und das brauche ich auch, um, um eine Geschichte zu erzählen, ne? Also, weil, also... Ja, mit 85 Millimeter erzählst du keine Geschichte, ne? Dann hast du irgendwie immer nur, ähm, Ausschnitte. Ja, Ausschnitte aus dem großen Ganzen und eben diese, wie du es nennst, Establisher, die kriegst du ja gar nicht hin. Nee, geht schon. Ja, du weißt, du wirst ja gar nicht mehr folgen können, was passiert jetzt hier in der Szenerie, weil du immer eigentlich nur noch, ähm, ja, Ausschnitte hast, letztendlich. Richtig, also was, äh, also du machst halt, du kannst halt ein schönes Porträt machen mit dem 85er, ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein Einsatz. Also, was ich mache, zum Beispiel, ähm, für, ich mache, wenn, wenn, wenn die Großeltern, ne? Wenn die noch auf der Hochzeit sind, das ist ja nicht immer der Fall. Aber wenn sie da sind auf der Hochzeit, fotografiere ich die immer mit dem 85er, beim, beim, also nach dem Gruppenbild immer nochmal einzeln. Also, ne? Und, ähm, so, weil, ne, die sind natürlich, äh, die haben sich natürlich, äh, extrem zurechtgemacht und, ähm, die sind, äh, gut drauf und das sind, ähm, ja, dann die Bilder, die dann irgendwann möglicherweise sehr, sehr wichtig werden. Und, ähm, deswegen mache ich das auf jeden Fall mit dem 85er und, ähm, aber ansonsten, es kommt das eigentlich fast gar nicht zum Einsatz. Was noch so funktioniert mit dem 85er, finde ich, wenn man den Platz hat, wenn man weiter weg ist, wenn man eine Rede ist und dann, äh, und dann sozusagen, wenn ich über die Tische hinweg fotografiere, auf den Redner, weil das funktioniert vielleicht ganz gut, wenn das Brautpaar die Eröffnungsrede hält, dann, ähm, kann, habe ich sozusagen im Vordergrund so ein bisschen die Gäste drauf und im Hintergrund eben dann das Brautpaar, das wirkt schön kompakt. Allerdings muss ich dann natürlich auch die, den Platz dafür haben, um entsprechend weit auch nach hinten zu gehen, also, ja, das, ja, also meist ist es dann doch eher das 35er, das 24er, was ich dafür benutze. Und, ähm, ja, abends auf der Party, da sind dann keine Grenzen, da kann ich natürlich auch durchaus auf 17 Millimeter gehen und damit ganz extrem nahe Shots machen. Und, ähm, ja, die eignen sich auch, finde ich, sehr, sehr gut, um eben die Geschichte zu erzählen, weil da ist dann eben auch extrem viel drauf. Und, ähm, ja, genau, 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 ich war am Freitag auf einer Hochzeit und da habe nur einen 35er und 85er mitgehabt, sonst nix. Ja, das ist cool, ja, echt, oh, mutig, wow, das traue ich mich nicht, aber okay. Nichts anderes, nichts anderes dabei, nur die beiden. 35er von 80, ja, Klassik, Klassik, aber ich, das würde ich mich tatsächlich nicht trauen, aber war, es war bestimmt gut, ne, super, oder? Oder hast du dir gesagt, oh, jetzt hätte ich das 24er gerne mal, gab es das, wo du sagst, oh, jetzt noch weitwinkliger? Ja, ja, natürlich, ne, aber, weißt du, dann gehst du einen Schritt zurück und dann machst du das mit dem 35er, dann geht das auch. Ich mag ja das 24er, ja, ich bin ja ein Fan vom 24er, aber, ähm, nur das 24 ist halt dann zu wenig, wenn es jetzt, wenn ich mich beschränken muss, dann sollte es halt, dann würde ich eher das, wirklich das 35er wählen. Wenn ich jetzt eine Hochzeit mit nur einem Objektiv fotografieren müsste oder wollte, ja, wenn es kein Zoom sein darf, ja, dann wäre das auch ein 35er, das wäre jetzt meine Wahl für ein einziges Objektiv. Ich wüsste nicht, mit welchem Objektiv ich ansonsten eine ganze Hochzeit vernünftig anfange. Wäre bei mir auch so tatsächlich das 35er, also, ich würde wahrscheinlich, oder ich könnte wahrscheinlich 80 Prozent der Hochzeit mit dem 24er fotografieren, aber es gibt eben doch gewisse Bilder oder Ausschnitte, wo das einfach mit dem 24er nicht geht und, aber dann würde ich das 35er nehmen dafür, aber mit dem 35er könnte man wirklich eine ganze Hochzeit fotografieren, also, von daher, ja, wäre bei mir auch das 35er, aber ich würde das 24er schmerzlich vermissen. Definitiv, ja. Ja, 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 ja. Aber ich habe das jetzt mal bewusst so gemacht und das wirklich extra auch zu Hause gelassen und nur das 35er und 85er mitgenommen und siehe da, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, was machst du denn so beim letzten Bild der Hochzeitsrobotage, also, was ist das bei dir im Allgemeinen? Oder die letzten Bilder, ja? Ähm, unterschiedlich, das können gerne mal so Rauchbilder sein, wie ich es hier gerne mache. Ja. Ähm, das nutze ich dann gerne als letztes, selbst wenn es nicht als letztes fotografiert ist, meistens sind die letzten Bilder, die ich fotografiere, ja, tatsächlich Party. Ja, 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 genau. Ne, also von der Chronologie her. Ähm, aber in, in, in der Story ist es dann tatsächlich häufig, dass ich dann eben so ein Rauchbild dann wirklich als letztes dann auch einfüge. Ja, ja, das ist so ein Nightshot, ne? So ein Nightshot, genau, richtig. Ja, das mache ich auch so. Ja, ähm, wenn ich das nicht habe, dann wird es wahrscheinlich auch tatsächlich irgendwie mit der Party enden. Ja, ja, ich würde dann die Location im Dunkeln nochmal so von außen. Oder die Location im Dunkeln, ja, genau, das funktioniert gut. Genau, so beim Gehen, ne, nach dem Tschüss sagen dann nochmal. Ja, je nachdem. Aber ist tatsächlich bei mir auch so. Also den Nightshot macht man ja nicht als allerletztes oft, sondern irgendwo auch irgendwie zwischen, was weiß ich, also eine Stunde vorm Gehen oder so dann. Aber der ist meist bei mir auch so das letzte Bild. Genau, genau. Stimmt, so ein Highlight nochmal zum Abschluss und dann, zack, war es das. Ja. Ja, cool. Auch das, klar, das kann man sich halt auch beim, auf der Hochzeit dann Gedanken machen, was fotografiere ich jetzt nochmal als letztes? Was brauche ich jetzt nochmal für ein letztes Bild für die Story dann? Ja. Ja, ich denke auch. Und wenn man sich unsicher ist, dann kann man das doch auch vorher einmal aufschreiben, ne? Was für Bilder braucht man unbedingt? So, ne? So eine kleine, ja, so einen kleinen Spickzettel. Also den muss man ja sich nicht angucken, aber den kann man ja mal irgendwie sich verinnerlichen. Und irgendwann weiß man das dann auch, ne? Absolut, ja. Also ich finde schon eben auch, gerade die ersten Bilder, das sollte nicht irgendwie die Braut, keine Ahnung, mit Glockenwicklern sein, sondern das sollte man schon anders irgendwie an die Geschichte heranführen, an die Hochzeit. Und ja, das geht eben dann auch mit der Umgebung oder eben mit der Kirche, wenn man vor allem einmal hinfährt. Dann ist es auch ganz gut, wenn man die Location nicht so kennt, dann weiß man aber schon die Wege und so. Also, ja, von daher, ja, also tatsächlich bin ich ganz oft eine Stunde früher schon mal da und das gibt mir dann auch, klar, bin ich eben eine Stunde früher da, ist dann eben so. Das stelle ich dem Brautpaar natürlich auch nicht in Rechnung, aber dann bin ich, habe ich einfach mehr Sicherheit, ne? Und ja, von daher, genau, also das ist schon mal, glaube ich, ein ganz guter Weg, um dann auch entspannt eben auch durch die Hochzeit zu gleiten. Jo, Storytelling, ich habe noch was zum Storytelling, nicht nur, also ich finde es ein wichtiger Punkt, überhaupt sich darüber Gedanken zu machen bei der Hochzeitsreportage, aber ich finde auch Storytelling an sich so als Mittel der Kundenakquise ist ein wichtiger Punkt, ne? Darüber könnte man jetzt wahrscheinlich auch ganz, ganz viel sprechen, allerdings gibt es im Grunde, im Kern ist es das Gleiche, nämlich, dass sich der Betrachter auch abgeholt fühlt. Beispielsweise auf der Webseite, wenn du deine Webseite gestaltest, dann achte darauf, dass, ja, dass man sozusagen, du, als, versetzt dich in deinen Kundenreihen, in deinen Kundenavatar, überlege, was, was gefällt dir, was könnte dem, was holt den ab, was kickt den erzählende Geschichte drumherum, nimm den mit sozusagen in, was Tolles passieren könnte, wenn er dich, oder passieren wird, wenn er dich bucht, ne? Und so eine sogenannte Customer Journey ist natürlich jetzt auch so ein Stichwort, was man in dem Zusammenhang auch dann auch nennen kann und, aber nimm ihn einfach mit in deine Geschichte und, ja, und einfach, wenn du mit einer Geschichte verkaufst, dann funktioniert das auf jeden Fall viel, 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 viel besser. Also, ja, also, wichtiger Punkt. Zum Beispiel auch, genau, was ich mir auch noch, genau, in dem Zusammenhang noch ein Beispiel. Möchtest du eine Geschichte hören, Marc? Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Neulich waren Silke und ich, also, Essen im Sternerestaurant. Wir hatten hier in Buxtehude einen Sternekoch, Jens Rittmeier, der ist, ja, war vor auf Sylt, ist da auch sehr bekannt und hat hier ein Sternerestaurant jetzt mittlerweile im Hotel. Und, ja, meine Mutter hat Silke und mir zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt. 250 Euro, ne? Sternerestaurant. Da musst du dich auch wirklich anmelden vorher. Du musst vorher wirklich, das ist schon, ja, das ist schon was Besonderes. Es ist nicht nur einfach Tischreservieren, sondern da kriegst du dann einen Fragebogen, was du irgendwie für Vorlieben hast, kulinarisch und so weiter, ne? Da wird sich darauf abgestimmt. Ja, dann sind wir da angekommen. Das war, dieses Sternerestaurant hat auch nur vier Tische. Wir waren alleine da. Okay, ist auch ganz gut. Wir hatten sozusagen eine Servicekraft für uns, also den Tischservice. Und wir hatten den Jens Rittmeier für uns. Der hat uns nämlich auf seine Reise sozusagen auch mitgenommen. Und da gab es dann, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, so ein spezielles Wasser, was wir da kredenzt bekommen haben. Es war einfach nur Wasser. Aber es war Wasser aus einer Quelle, wo das Wasser irgendwie so 101,97 Meter oder so durch den Berg muss. Und erst dann sozusagen, also gefiltert wird quasi mit Druck. Und dann erst sozusagen dann ganz, ganz rein aus dieser Quelle kommt. Und dieses Wasser ist ganz besonders. Das ist auch richtig wertvoll. Und dann hat sie die Flasche gezeigt, präsentiert. Die sah auch so ein bisschen aus wie so ein Fels, die Flasche. Und die Flasche hatte nämlich nicht einen Liter, sondern die hatte 1,197 Liter. Also genauso wie der Berg hoch ist, so quasi untergebaut. Verstehst du, was ich meine? Und dann hat sie dieses Wasser eingeschüttet. Es war auch gut gekühlt und so weiter. Und ich habe das getrunken und dachte mir, ja, ist Wasser, ne? Ich merke wie Wasser, ne? Aber ich dachte mir auch, das ist ja geil, ne? Ich trinke jetzt hier Wasser aus so einer Quelle. Und ey, wie lange dieses Wasser gebraucht hat, um da hochzukommen. Oh, wow, wie cool, wie cool war das denn so, ne? Und dann, ja, dachte mir, ja, okay. Ja, ich so, ja, super, ne? Aber, und dann später habe ich die, ähm, äh, sag mal, also die Service, äh, Kraft nochmal, oder wie gesagt, Bedienung, ne? Wie heißt denn das im Sternerest? Keiner, also, ähm, äh, äh, hab ich dann nochmal so gefragt, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Unter uns jetzt mal, also, hört euch jetzt auch keiner zu, aber würden Sie das jetzt rausschmecken, ob ich jetzt Leitungswasser nehme, äh, 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 oder? Irgendwie dieses Wasser? Und sie so, ne, ich glaub nicht, äh, ehrlich gesagt. Ich so, ja gut, aber die Geschichte drumrum, äh, die, die war geil. Also, die, die war, äh, ganz besonders. Wir haben diese Flasche auch mitgenommen, dann später leer und so, äh, steht da immer noch, äh, irgendwie bei uns in der, naja, egal. Auf jeden Fall, äh, die Geschichte drumrum war wichtig. Ne? Also, du trinkst das Wasser, was ganz normales Wasser ist, schon einfach, äh, einfach anders, ne? Also, und genauso ist es ja auch, wenn du einen Wein, äh, präsentiert bekommst, dann, dann, wenn du weißt, was, woher der kommt, was der alles durchgemacht hat, wie der gelagert, keine Ahnung, ne? Ich bin jetzt wirklich, also, ich, ich kann, ich trinke Wein, ja, aber wenn ich, ich kann Weiß- und Rotwein unterscheiden, ja, und ich kann auch unterscheiden, ob er mir schmeckt, aber ich weiß nicht, wie er hergestellt wird und genau, aber wenn ich, wenn man da eine Geschichte drum erzählt, dann trinkst du den anders, ne? Und genauso ist es auf der Webseite auch, ja? Ähm, übrigens, ähm, jetzt rate mal, Marc, also, wir hatten einen Gutschein von 250 Euro, was wir dann hinterher noch bezahlt haben. Oh, mindestens noch ein Uni. Ja, es waren nochmal 250 Euro, also, wir haben zu zweit tatsächlich 500 Euro bezahlt, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber, ich sag mal so, ähm, war das zu viel? Ja, das ist relativ, ist die Frage, ne? Haben wir uns wohl gefühlt? Ja. Haben wir viele Geschichten gehört? Ja, auch. War das okay? Ja. Aber hätten wir diese Geschichten nicht gehört, hätte ich gesagt, Alter, 500 Euro, das Essen kann genauso geschmeckt haben, ne? Aber wir hatten diese Betreuung, wir sind sozusagen auf eine Reise mitgenommen worden. Wir sind auf der Reise von Jens Rittmeier mitgenommen worden, der hat uns, ähm, ja, auch sehr, sehr gut unterhalten, ne? Das hat man dann irgendwie auch mitbezahlt und deswegen, Geschichte ist unglaublich wichtig, um, ähm, ja, dann auch, auch die Hochzeitsreportage zu verkaufen. So, jetzt hab ich da wieder den Bogen bekommen, ne? Ähm, und dann geht's ja auch wiederum darum, ne? Nachher kommt hier noch ein Brautpaar in Studio, ähm, heute Nachmittag, ja, wie werden die, auf welche Geschichte werden die denn mitgenommen? So, ne? Und das ist eben, damit die sich wohlfühlen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben auch, um seine Kunden wiederum zu gewinnen. Genau. Ja, genau. Und, ja, und, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr davon mehr, äh, erfahren wollt, dann tragt euch nochmal bitte ein, in die Liste, für unser Bootcamp, was wir natürlich in Shownotes verlinken, ne? Ne? Und da ist es auch wieder so ein Punkt. Also, wenn wir jetzt einfach nur unser Bootcamp verkaufen, aber stellt euch vor, wir sitzen abends irgendwo in Holland, ne? Im, im, äh, April, da kann es auch noch ein bisschen kühl sein, am, am Lagerfeuer vielleicht oder so. Also, unterhalten, lernen uns kennen, ne? Erzählen unsere Geschichten der Hochzeit und, ähm, äh, freuen uns auf den nächsten Tag, stellt euch das vor, da ist dann ein Paar oder zwei Paare, ja, die werden dann, äh, ja, angeleitet, hochmotiviert in einer, ähm, rauen, äh, Nordsee, äh, Location und, äh, stellt euch das mal vor, vielleicht ist das der Himmel noch dramatisch. Ey, wie geil ist das denn so, ne? Und das ist auch ein Punkt, ähm, ja, ganz wichtiger Punkt, ne? Ich hab jetzt die Jever-Werbung vor Augen. Ja, siehste, ja, genau, ja, so ein bisschen, ja, genau, die machst du auch nicht anders, ne? Jever, genau. Und, ähm, ja, von daher, Geschichten erzählen, wichtiger Punkt. Nicht nur in der Hochzeitsreportage, sondern auch im Drumherum. Ja, genau. Eintragen, ne? In die Liste. Oder wir werden stinksauer. Wir können auch anders. Ja. Ja. Sehr gut gesagt, ja. Immer schön drohen. Genau. Ja, also Storytelling, ähm, genau. Wasser, ne? Was hat, du musst eine Geschichte erzählen, wenn du Wasser verkaufst, musst du eine Geschichte erzählen, weil Wasser ist halt einfach... Ja, was hat die Flasche Wasser denn gekostet? Du, ich weiß es nicht genau, also, ähm, ich hab ja nur die... Die wird doch mal mindestens 20 Euro gekostet haben, oder? Ja, also, wundern wird es mich jetzt nicht. Also, wir haben übrigens, äh, also, ich sag mal, wir haben nicht mal für diese 500, nicht mal die große Weinreise mitgemacht. Wir haben nämlich nur eine Flasche Wein getrunken. Und da auch noch nicht mal den Teuerst. Also, die Weinflasche Wein hat irgendwie 30 Euro gekostet. Und, ähm, ja, so gehe ich jetzt mal von aus, dass die Flasche Wasser, also, 10 Euro hat die mit sich ja mindestens gekostet. 10, vielleicht 15. Aber mindestens. Und es war halt einfach Wasser, ne? Und, ähm, ja, hat geschmeckt wie Wasser. Es war, ja, es war Wasser. Kaltes, klares Wasser. Ja, ja, die Geschichte dazu ist wichtig. Ist wichtig, ja. Und auch so, so erzählst du das woanders weiter, ja, und sagst, dass ich dann auch die 500 Euro gelohnt habe, weil, und dann erzählst du die Geschichte. Richtig, genau. Und ich weiß genau, wenn ich das meiner Mutter erzähle, weil die sagt dann auch, oh, das ist ja spannend, da muss ich ja mal hin. Den, den muss ich ja mal fragen, nach diesem Wasser. Das will ich auch haben, ja. Aber es ist einfach nur Wasser am Ende des Tages, ne? Naja, whatever. Also, von daher, ja, und ich glaube, da machen sich viele Kollegen von uns nicht so richtig Gedanken drüber oder wissen auch nicht so richtig, wie sie das Thema angehen. Ähm, von daher, ja. Aber, ab jetzt wisst ihr ja Bescheid. Storytelling, genau. Aber da kann man sicherlich noch mehr zu sagen. Oder könnte man, ja. Ja, ich glaube, dass das halt auch so gerade in der Werbung zukünftig noch viel wichtiger wird. Ja, das wird eine immer größere Rolle spielen. Ja. Und, ähm, auch was, wo ich mir zunehmend Gedanken drüber mache, tatsächlich. Ja, ne? Genau. Also, das denke ich auch. Und, ähm, aber definitiv Fakt ist, dass sich darüber deutlich, deutlich besser verkauft. Und, ja, ähm, das sollten wir uns auf jeden Fall auch zunutze machen. Und, ähm, ja. Also, da eben auch vorher Gedanken drüber machen, ne? Ähm, genau. Ja, äh, fällt dir da noch was zu ein, Marc? Also, hast du da noch Ideen? Nein. Also, ich würde jetzt zumindest noch sagen, ich mache das, all diese Geschichten erzählen, mache ich insbesondere beim Vorgespräch immer. Ja, da erzähle ich wirklich gerne Geschichten. Und mit diesen Geschichten pflanzt du halt auch Bilder im Kopf deiner potenziellen Kunden dann ein. Ja, und das ist das, was du brauchst, ja. Nicht mit irgendwie irgendwelchen, ja, ihr kriegt von mir 500 Bilder und die sind fertig bearbeitet und dann gibt's noch einen USB-Stick und eine Online-Galerie, ja. Das sind, das sind Features, ja. Ja, und, äh, das verkauft sich eben nicht. Aber wenn du, wenn du Bilder im Kopf deiner Kunden einpflanzt, das verkauft sich halt viel, viel besser, ja. Wenn die sich wirklich vorstellen, was sie denn wirklich dann bekommen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Ja, das ist gut. Das ist cool. Genau. Du pflanzt Bilder in den Kopf deiner, deiner Kunden. Und, ja, und so kannst du sie dann auch abholen und begeistern, ja. Genau. Und dann werden sie dich buchen. Ganz genau. Dann werden sie dich auch buchen, wenn du teurer bist als ein, ja, anderer Fotograf, ne, der vermeintlich ja irgendwie das Gleiche anbietet. Also, genau. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht zu unterschätzen und, ja, unbedingt mit beschäftigen. Ja. Sehr gut. Yo, da haben wir es mal wieder auf den Punkt gebracht. Ja, mehr habe ich jetzt aber auch zu dem Thema jetzt nicht mehr. Nö, fällt mir jetzt auch nicht. Da könnte ich jetzt gerade nichts mehr zu beitragen. Hast du noch ein paar Tipps für mich? Ich habe nachher ein Vorgespräch. Also, wie machst du das? Wie kreierst du Bilder in den Köpfen deiner Kunden, deiner potenziellen Brautpaare? Am besten funktioniert das, wenn du mit Alben arbeitest. Machst du aber, glaube ich, ja auch, ne? Also, wenn du, wenn du Alben auf dem Tisch liegen hast und gehst diese Alben durch, kannst du zu den Bildern Geschichten erzählen. Ja, das ist cool, ja. So, weil, was passiert denn? Das Brautpaar schaut sich ein Album an, findet das auch toll, sieht die Bilder, findet es auch toll, sieht sich aber nicht in den Bildern wieder. Ja, okay. Und jetzt kannst du irgendwie versuchen, da die Brücke zu finden, ja, dass die sich selber auch in den Bildern irgendwie wiederfinden. Ah, ja, und dann musst du auch ganz viel fragen über deren Hochzeit, ne? So, damit du das dann auch, ja. Das würde ich am Anfang immer machen, ne? Am Anfang lasse ich erstmal das Brautpaar reden, ja, stelle ich meine Fragen, die sollen erstmal wirklich viel von sich erzählen, ja, das Menschen erzählen ja nun mal auch gerne und ich höre auch gerne dann zu an der Stelle und diese Informationen kannst du dann natürlich auch im weiteren Gespräch für dich wieder zur Nutzung machen. Ja, indem du sie einfach dann wirklich abholst, weil du weißt, worauf die wertliegen, was wichtig ist, ja, das ist erstmal letztendlich auch ein Stück weit eine Bedarfsermittlung, ja, du musst erstmal wissen, was ist denen denn wichtig, ja. Bilder, es reicht nicht aus. Nein, die Braut ist quasi an dem Tag die Prinzessin, ne? Oder wie auch immer, aber auf jeden Fall eine potenzielle Prinzessin und möchte sich auch so sehen und auch so geschätzt fühlen, ja. Genau, genau, genau und ja, von daher, klar, erstmal Bedarfsermittlung, erstmal reden lassen und auch viel erfahren, also wie man so schön sagt, sei interessiert und sei nicht interessant, also. Ja, bin ich ja auch, ich möchte ja auch erfahren, ja, ich möchte wissen, was sind das für Leute von mir, ja, warum sind die hier und was interessiert die, was wollen die, was ist denen wichtig und ja, wie haben die sich kennengelernt, auch das interessiert mich eigentlich, ja, das ist, ja, ich möchte ja auch, wir arbeiten, Entschuldigung, ja, mit Menschen, ja, und nicht irgendwie mit Maschinen, also interessiere ich mich auch für die Menschen. Ja, stimmt. Den Mensch dahinter. Und stell dir vor, du hast dann sozusagen ein Brautpaar, was sich irgendwo kennengelernt hat oder wo ein bedeutsamer Ort ist, der, ja, wo da meinetwegen der Heiratsantrag war oder wo die sich vielleicht auch näher gekommen sind und genau an diesem Ort kannst du sie nochmal mitnehmen und das Verlobungsshooting, also das Engagement-Shooting dort machen, ne? Das ist, also wenn du das dann zum Beispiel auch noch so ins Spiel bringst, dann hast du die auch schon irgendwie für dich gewonnen, also das kann ja, muss ja nicht so sein, aber das kannst du auf jeden Fall in Erfahrung bringen, wenn du viel fragst, ja. Genau. Ja, da wird es aber manchmal schwierig, weil die Orte können sonst wo. Ja, gut, ich sag dann immer, ja, das war dann New York City oder so, das ist gar kein Thema, also dann zahlt ihr mir nur einen Flug und ein Hotel und dann lade ich euch auf das Engagement-Shooting ein oder auf das After-Wedding-Shooting, mir reichen dann auch meist vier Sterne, muss kein Fünf-Sterne-Hotel sein, also natürlich mit Augenzwinkern, klar, es muss natürlich irgendwo ein Ort sein, der dann auch irgendwie erreichbar ist oder möglichst in der Nähe ist, aber manchmal, oder vielleicht ist es ja an der Elbe, ne? Und kann ja das auch bei Dresden an der Elbe sein, aber wenn die sich da kennengelernt haben, davor hin würde ich jetzt vielleicht nicht fahren, obwohl es da schön ist, aber ich meine, hier ist auch eine Elbe und von daher kann man sie dann auch sozusagen mitnehmen an den gleichen Fluss, whatever, ne? So, verstehst du, wer ich meinen, also. Ja, ja, ja. Ja, von daher, ja, hat man da schon Möglichkeiten, ne? Also man kann dann ja sozusagen Bögen und Kurven schlagen und, ja. Genau, 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 genau. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück heute oder gutes Gelingen. Ja, einen schönen Auftrag, eine schöne Hochzeit, ein nettes Paar. Ja, vielen, vielen Dank. Die hatten sich übrigens auch, die kamen, ja genau, für nächstes Jahr, und die hatten sich, hatten sich, nee, gar nicht, war es nicht für nächstes Jahr mal, für dieses Jahr noch. Ähm, ja, genau, also ein Elopement, zu zweit nur, ja, auch sehr spannend. Oder zweieinhalb, hat sie gesagt, sie ist schwanger, genau. Und, ähm, ähm, die, die sind über die, rein über die Google-Suche, über die Webseite auf mich aufmerksam geworden. Und dann, wenn du dann sozusagen, da musst du ja auch die, die Person dann auch dazu bekommen, dass sie dann auch anfragen. Und deswegen ist es da auch schon so wichtig, auch auf der Webseite, dass da die Rädchen schon, äh, richtig stehen. Aber das ist dann ein anderes Thema. Äh, aber, äh, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, da auch schon mit der Geschichte sozusagen anzufangen. Und das dann auch stimmig weiterzuerzählen, dass sie dann auch genau sehen, dass du auch dich dann authentisch gibst. Wenn du ein Video hast oder so auf der Webseite, dann, ja, verstell dich nicht, ne? Das ist ja auch ein Punkt, du musst ja, ähm, deinen Expertenstatus ausspielen in so einem Gespräch, ja. Du musst ja ganz klar Vertrauen aufbauen und das Paar muss sich sicher fühlen bei dir. Die müssen, ja, das Gefühl von Sicherheit haben, dass sie bei dir, dass du ablieferst und die das bekommen, was sie haben wollen. Ja, genau. Und genau das kannst du ja auch prima dadurch erreichen, indem du eben auch dann deine Geschichten erzählst. Richtig, ja, genau. Ja, wenn du nur sagst, ja, ihr kriegt jetzt 500 Bilder und das und das und das, damit baust du keinen Expertenstatus auf. Nee, dazu baust du auch keine Beziehung auf. Und kein Vertrauen, ja, richtig. Beides nicht, alles nicht, genau, ja. Und dann geht es im Endeffekt dann auch wiederum ums Geld, ne? Und dann sagen die, okay, kann man da noch was am, ist ja schön, deine Bilder sind ja auch gut, kann man da noch was am Preis machen? Ja, aber wenn du eine Beziehung aufbaust, einen Expertenstatus, das Paar abholst, ist ein Freundschaft gleich, freundschaftliches Verhältnis gleich, dann wird auch nicht groß über das Geld geredet, ne? Genau, das ist ja mein Reden. Dann, wenn du alles andere im Gespräch, oder wenn du alles richtig machst, ja, dann wird der Punkt, das Finanzielle irgendwo ein Stück weit zur Nebensache. Ja, richtig. Ja, weil wenn die das Gefühl haben, dass sie bei dir genau richtig aufgehoben sind, dann sind sie auch bereit, auch ein bisschen mehr zu zahlen, als sie eigentlich ursprünglich bereit waren auszugeben. Ja, und dann werden sie wahrscheinlich oder möglicherweise gar nicht mehr weitersuchen und noch woanders gucken, weil dann werden die sagen, alles klar, ne, das ist er. Genau, 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 genau. Und das wäre bestrebenswert, so sollte es sein. Sehr gut. Jo, wir haben es auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Kurz und knackig, wobei wir jetzt schon wieder auch auf einer Stunde fast sind. Ja, wir haben jetzt beide Folgetermine, ne? Ja, wir haben beide Folgetermine. Also, bei mir geht es jetzt mit Coaching weiter. Genau, Coaching. Ich habe ein Business-Shooting. Ein Business-Shooting. Auto ist schon gepackt, also ich muss nur noch los. Genau. Super, ja, dann wünsche ich dir auch da Gutes gelingen, dann ist dein Tag heute voll. In der Tat, vielen, vielen Dank. Wünsche dir auch noch Gutes gelingen, hoffe ich heute. Bei mir geht es ja heute hier den ganzen Tag mit Zoom weiter irgendwie. Ja, ja, cool. Das ist echt mittlerweile wichtiger als Leitruppen. Tatsächlich, ah ja. Ja, spannend. Ja, cool. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit den ganzen Zoom-Calls und schöne Grüße sozusagen an deinen Gesprächspartner. Und dann würde ich sagen, Marc, hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Perfekt, Torben, so machen wir es. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall, wie gesagt, eine gute Woche auch. Dankeschön. Das wünsche ich auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Vielen Dank.